Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei Witch Hunt. Immer noch dem Wehrwolf auf der Spur. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den denn irgendwie erlegt bekommen. Als erstes bräuchten wir eine Spur. Ich hatte ja die Vermutung, dass er irgendwie hier in diese Richtung gerannt ist, aber scheinbar nicht. Aber wo ist er dann hin? Aber ich renne mal lieber nicht. Wird hier schon wieder zu eifrig. Was bei Witch Hunt ja dann doch recht schnell zum Tod führen kann. Warte mal, ist das die Anhöhe? Ist er doch da oben? Nee, da könnte er oben sein, oder? Oh, fuck. Dieser Schrei, Alter, von uns. Ey, verpiss dich. Oh Gott. Sehr viel schneller, äh, sehr langsamer sind die jetzt aber auch nicht. Okay, komm, wir haben noch 50. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie raufkommen. Ah, schaffen wir das? Hier? Wahrscheinlich eher nicht. Der ist da oben. Der ist bestimmt da oben. Da kommen wir vielleicht hoch. Der hat nämlich auch nicht mehr allzu viel, ne? Haben wir beides nachgeladen? Haben wir? Wo bist du, mein Freund? Wo bist du, mein Freund? Das ist manchmal so mega schwer zu erkennen. Ob sich da was bewegt oder nicht. Ach, auf dem Hügel sind wir jetzt, okay. Nee, 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 aber warte mal, wenn wir jetzt auf dem Hügel sind. Ist, ist da hinten was? Nee, oder? Ich glaube, wir sind auf dem Hügel, wo er unten im Wald war. Okay, das ist nur so ein Steinklops da hinten. Wir könnten rein theoretisch Mana uns holen, aber ich werde es mal so machen. Der ist hier unten im Wald irgendwo. Oder? Oder? Seht ihr da irgendwo was? Wir brauchen leuchtende Augen. Wo ist er? Wo ist er? Alles klar, ich weiß, wo er ist. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist da hinten, wo wir ihn schon mal hatten. Irgendwo hier vor uns jetzt. Das doofe ist nur, dass hier gerade so viele von den anderen auch sind. Oh Gott. Wollt ihr mich verarschen? Äh, das ist ja noch einmal. Äh, ey, das gibt's doch nicht. Was kommt denn da alles an? Mann, ey. Ach, kacke. Oh, und wo hatten wir gespeichert das letzte Mal? Jetzt sagt mir nicht in der Höhle. Nee, als wir hier waren. Oh, okay. Jetzt ist die Frage, ist er immer noch da? Warte mal, wenn er immer noch da ist. Dann müssen wir einfach in die Richtung laufen. Alter, was da alles ankam auf einmal. Voll übertrieben. Voll übertrieben. Warte mal, wir könnten uns eigentlich so ein Kraut mal reinpfeifen. Jetzt haben wir hier gerade keins. Weil er müsste da drüben auf dieser Insel dann irgendwie sein, wenn er denselben Spot jetzt noch hat wie davor. Alter, du schon wieder. Das ist bestimmt auch irgend so ein Dämon. So, mal gucken, kriegen wir jetzt Herzschlag so langsam irgendwie. Spring mal rüber. Röster, röster, röster. Doch einmal Damage gemacht. Wir kriegen aber keinen Herzschlag. Hier, dachte ich, wäre er gewesen. Wahrscheinlich nicht. Doch, irgendwo hier ist er. Aber wo ist er denn? Alter, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Das könnte auch sein, dass er da vorne ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht auch den Standort geändert hat. Die Feinde machen das ja auch. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Deshalb, ich weiß nicht. Aber da, was ich weiß nicht. Da, was ich bei mir so gut hier passiert? Ich weiß nicht. Gute Frage, nächste Frage, wo ist er? Warte mal, wir hatten noch einmal Sicht. Nein, hatten wir nicht. Doch, hatten wir. Aber wir haben jetzt nicht so viele Leute erlegt. Wo bist denn du Zombie? Komm mal raus, ich brauche dein Mana. Ich hab ihn doch erwischt! Ich sehe mir doch nichts. Kommt er wieder? Jetzt haben wir aber die Spur verloren. Mist! Aufpassen, jetzt haben wir nur noch elf Kugeln. Auf jeden Fall haben wir genug Mana, um jetzt die Sicht dann zu machen. Dann laufen wir mal in die Richtung. Wo ist der? Also von der Jagd. Vom Jagdfeeling her finde ich das auch ganz cool gemacht eigentlich. So mit diesem Herzschlag und finde ihn. Okay, hier ist er nicht, dann ist er irgendwo da in dieser Richtung. Oder? Hä? Jetzt haben wir hier gar keinen Herzschlag mehr? Ist er jetzt ganz woanders hingelaufen? Kann sich auch nicht entscheiden, ne? Kann sich auch nicht entscheiden, ne? Unser kleiner Werwolf-Freund hier. Ne, jetzt haben wir hier gar keinen Herzschlag mehr. Warte mal, ich geh mal auf den Weg hier entlang. Mal gucken. Ob wir denn hier gleich nochmal Herzschlag bekommen. Ne, komischerweise nicht. Merkwürdig. Na gut, dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Wir haben nämlich 300 und holen uns diese Jagdlizenz. Damit wir ein bisschen mehr Money bekommen. Weil normale Monster töten wir doch ab und zu. Vielleicht reicht es auch nochmal für einen Sack Kugeln. Hm. Komisch, dass er jetzt auf einmal weg war, ne? Die Kopfgeldjägerlizenz gibt dir die Möglichkeit, Geld für jede Kreatur zu verdienen, die du tötest. Deswegen sind wir gerade in die Stadt getravelt. So, dann kann der Gute uns auch mal eben heilen. Dann hat er auch mal ein bisschen was zu tun. Obwohl er eigentlich mit seinem Hals da ist. Sollte sich vielleicht selber mal ein bisschen heilen. So, danke mein Freund. Er pennt immer noch. Aber ich werde schon wieder so ein bisschen ungeduldig. Ich merke das, ich bin schon wieder voll viel am Rennen auf einmal. Ja. So. Kopfgeldjägerlizenz. Danke. Kruzifix kriegen wir auch schon wieder. Das waren doch jetzt keine 10 Monster, oder? Wächtertotem. Hier, Silberkugelnpack. 15. Können wir uns noch 2 holen? Machen wir auch mal. Dann haben wir wieder 20 Kugeln. Dann sind wir doch wieder ganz gut ausgerüstet. Wir haben jetzt so viele Kruzifixer. Ist das die Mehrzahl? Kruzifixer? Weiß ich gar nicht. Aber die haben ja irgendwie nicht geklappt. Oder ich weiß nicht wie man die richtig einsetzt. Oder bei welchen Gegner man die überhaupt einsetzen kann. Du bist zu 30% weniger sichtbar, wenn du dich duckst. Okay, dann gehen wir nochmal in die Richtung. Da hinten war er jetzt ja irgendwie nicht. Jetzt will ich auch mal wissen, wie ist denn das jetzt mit dieser Jagdlizenz? Müssen wir das dann beim Bürgermeister irgendwie abgeben? Oder kriegen wir von denen einfach gedroppt? Das Geld. Müssen wir mal drauf achten, wenn wir einen erlegen. Weil so lassen die ja auch ab und zu mal ein bisschen Money fallen. Aber vielleicht ist das jetzt einfach die... Also erhöht, ne? Dass wir auf jeden Fall 10. Oder in etwa 10 bekommen. Das stand da glaube ich in etwa. Hm. Kein Herzschlag. Ich würde den echt gerne erlegen. Aber ich will auch nicht zu viel im Voraus... Aufnehmen. Weil... Vielleicht kommt dann doch ein Update oder so. So. Tja, ist er jetzt hier lang? Guck mal. Na? Bist du hier irgendwo? Ich glaube wir sind... Gar nicht mal so falsch hier. Tja, hoch oder runter? Ja. Ja. Er ist… Und da ist auf der anderen Seite. Er müsste eigentlich auf der anderen Seite sein. Weil wir gerade Berge da gesehen haben. Das heißt, er schleicht hier irgendwo rum, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Na, oh Gott. Habe ich mich doch getäuscht? Da waren noch Berge an der Seite. Oder ist er hier hinter noch? Okay. Stimm. 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 Was ist der hinter diesen Bergen? Gucken wir hier raus? Irgendwie? So ein bisschen? Danke. Hier geht's gar nicht weiter. Okay, dann ist er hier schon mal nicht. Wo ist der verdammt nochmal? Hm. Ich glaube auch noch nicht, dass wir ihn jetzt beim nächsten Mal kriegen. Der muss ja hier irgendwo sein. Ich werde die ganze Zeit irgendwie ausschauen nach leuchtenden Augen. Da war doch gerade was. Da war doch gerade das Ruhigmesser. Wir haben ihn gefunden. Da bist du. Alter, wie flink er ist. Okay, er rennt da hinten immer noch. Komm. Ich würde den ganz gerne jetzt noch erlegen. Als wenn. So, komm, wo bist du? Der kann doch nicht so weit gerannt sein, oder? Ich weiß halt auch nicht, ob man sich danach richten kann. Aber er müsste ja hier jetzt irgendwo... Der wird ja nicht schwimmen können, oder? Das heißt, dann ist er hier irgendwo lang gerannt. Hm. Also, der bewegt sich doch ganz schön weit. Wenn man ihn dann einmal gehittet hat. Und so schnell kommst du dir auch nicht hinterher, ne? Du musst ja auch aufpassen, dass du selber nicht irgendwo wieder reinrennst. Das ist sowieso schon, wie ich mich hier gerade bewege, viel zu heftig. Ich guck mal, ob er jetzt wieder hier irgendwo ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das ja auch so, dass die sich... Wenn die zu angeschlagen sind, dann irgendwie in ihren... Nester, oder... Höhlen zurückbegeben. Nee, aber hier ist er jetzt gerade nicht. Doch. Aber wo? In die Richtung? Nee. In die Richtung? Komm, den holen wir uns jetzt noch. Vielleicht ist er da oben drauf. Ja, lass mich rauf hier. Lass mich doch rauf, bitte. Kriegen wir das hin? Ja. Mal gucken. Da war er. Da ist er. Kommt schon. Wer da rumschleißt. Hopp, 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 hopp. Ja. Ja. Ah, warte. Was, 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 was? Nach allem, was ich in diesen Wäldern sah, wurde klar, dass diese Monster von einer mächtigen Hexe erschaffen wurden, die sich in diesen Wäldern niedergelassen hat. Ich habe nachgeforscht und ich glaube, ich weiß, wie man sie findet und tötet. Okay, cool. Was denn jetzt? Ich habe ein paar Ammo für euch. Nicht vergessen, dass sie von der Tafel abkippen. Ach, ja, nice. Ja, danke, mein Herr. Belohnung kriegen wir auch noch gleich. Erstmal nehmen wir unser Ammo. Und eine Belohnung. Du machst Gottes Arbeit. Ja, weiß ich nicht. Ich mache auf jeden Fall meine Arbeit. Okay, cool. Damit haben wir den Werwolf. Und anscheinend ist unser nächstes Ziel eine Hexe. Oh nein. Und es kommt Gewitter mit dazu. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Spiel schon so weit ist. Cool. Haben wir denn genug, um mal eben ein Safe zu machen? Warte mal, wir heilen uns erst mal. Ich bin wieder da. Ich habe das Monster erlegt. Danke dir. So, mal gucken, ob wir verspeichern können. Oh. Wo ist er? Und sie sitzt woanders. Die Schlafmütze ist weg. Okay. Wir konnten speichern. Alles klar, ihr Lieben. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Runde, ob wir denn dann die Hexe finden. Ich hoffe, der Speicherstand ist dann soweit noch vorhanden. Dann danke ich euch erst mal fürs Zuschauen. Wir haben den Wolf erlegt. Den Werwolf. Sehr cool. Es war echt knapp gerade, dass da die anderen gerade noch angerannt kamen. Aber cool. Haben wir geschafft. Alles klar. Ich freue mich gerade ein bisschen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Witch Hunt. Bis denn. Bye, bye.